Einfach überall ganz viel Blut draus. Ähm... Genau. Im letzten Teil ist das auch nicht mehr stoppen. Aber ich vertraue einfach drauf. Und ich freue mich dann euch einfach in die Ewigkeit alle wieder zu sehen. Ähm... Ja, das ist ganz schön. Das ist meine Frage. Bitte, du kannst noch mal ein Thema sprechen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.